Jetzt seht ihr schon mal das Turnier. Irgendwie kommt ja einer rein. Ah, okay. Erstmal im Clan, erstmal im Clan. Okay. Jetzt warten wir bis der Strubel drin ist und dann geht's los. Ah, ich kann auch beitreten. Okay, Clan kann schon vorher rein. Der Strubel bist du drin? Nein, noch nicht. Trimax Nerf Turnier heißt es. Ja. Top 5 kriegen Gewinne. Ey, bitte ganz kurz, stopp, ich hab gefälscht, ich hab gefälscht, ich hab gefälscht, ich hab das Passwort gelegt. Sorry, Ende bitte Passwort schnell. Oh, okay. Passwort Nerf Blaster 32. Passwort Nerf Blaster 32. Passwort Nerf Blaster 32. I'm sorry Digga, oh mein Gott, ich war so Brain AFK. Ach du Scheiße. Leute, ihr müsst wissen, Bigspiel hat sich vom Stream noch üblein reingekippt. Wir können mal ab romanticen um Laura Liffix laufen.